Und heute spielen wir wieder Blue Tower Defense 6 und zwar in einer neuen Runde, an einem neuen Tag, auf einer neuen Karte. Und zwar, und zwar, und zwar, was ist los? Flussabwärts, nehmen wir Flussabwärts auf Recht. Ja, Wanda, bitte. Ah, fest, okay. Also, die kommen dann hier so rum, laufen dann hier entlang. Darf ich auf den Steinen etwas bauen? Auf den Steinen ist tabu. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir mal unsere Helden. Nicht mit Bommelhelden hier hin. Ja, machen wir. Und los geht's. Aia! Piu! Aia! Dusch! Und Pomm! Pakabum! Kablamo! Oh, Buschheit. Ähm. Wir brauchen Bananapantaga. 900. 900. Okay. Okay, klappt nicht mehr. Ah! 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 Nö! Ah! Nö! Nö! Schneller, 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 schneller! Ah! Nein! Au! Nö! Wir Celera. Und nicht gerade,blippen! Das ist mein Etat! Ingrid! Okay. Wir gehen. Jeb- ja langsam bräuchten ja mehr geld so aha ich habe jetzt ein kleines boot langstrecke ausgut daumagel kritisch überhaupt gar nicht mit noch mehr geld haben noch mehr ganz gut an der anwesenden das gilt auch nicht nur recht da Ja, ich bin halt da. Dann das da, das da. Dann will ich da mit oben kombinieren. Rein theoretisch nur. So. Das ist voll die fetten Knie, ey. Boah, wahnsinnig fett. Mahn, sind die bad. Hier gucken, wo ich das im Abenddruck bestelle. Das ist eigentlich hier im Abenddruck, oder? Und, was mache ich jetzt mit dem Abenddruck? Komm ich irgendwo hier billiger? Ja. Na ja, was bedeutet. Ich muss noch genau angreifen können. Und der läuft auch gut. Na gut, eben. Juhu! So. Bei welchem Part? Und viel Spaß.